Guten Tag, mein Name ist Jürgen Schmidt. Ich habe 2001 die PlusOptics gegründet, um ein Gerät zu entwickeln, mit dem man eine Amelopie bei kleinen Kindern rechtzeitig erkennen kann. Aufgrund meines Alters übergebe ich die Firma PlusOptics meinen Sohn, der mit mir zusammen die letzten Jahre die Firma vorangebracht hat. Servus, ich bin Christian, geschäftsführender Gesellschafter der PlusOptics. Als mein Vater mir das erste Mal von seiner PlusOptics Idee erzählt hat, rede ich ihm davon ab. Nun, er wäre vermutlich der erste Vater gewesen, der auf seinen Sohn hört. Inzwischen bin ich froh, dass er nicht auf mich gehört hat. Aber treten Sie ein und schauen Sie selbst, was wir aus seiner Idee gemacht haben. Die Technologie der PlusOptics-Geräte basiert auf dem Messprinzip des Durchleuchtungstests. Für eine präzise Messung benötigt man hochwertige optische Systeme und eine optimale, darauf abgestimmte Beleuchtung der Augen. Die Software zur Bedienung der Messgeräte läuft auf einem Linux-System. Hierdurch wird eine stabile und störungsfreie Anwendung gewährleistet. Durch zahlreiche Schnittstellen können die PlusOptics-Geräte optimal in bestehende Praxisabläufe oder sogar in ihre Praxissoftware integriert werden. Bei der Fertigung der PlusOptics-Geräte stehen Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle. Die Messgeräte erfüllen alle relevanten Normen und Standards als Medizinprodukt. Seit 2001 erfolgt die gesamte Entwicklung und Produktion der PlusOptics-Geräte am Sitz des Unternehmens in Nürnberg. PlusOptics-Geräte sind also made in Germany. Vor der Auslieferung werden sie gereinigt, sicher verpackt und zum Versand in mittlerweile über 60 Länder weltweit vorbereitet. Doch hier hört für uns die Arbeit nicht auf. Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung eines herausragenden Kundenservice. Die meisten Servicefälle entstehen durch Herunterfallen des Messgeräts. Doch durch die Optionale PlusOptics-Sorglos-Garantie ist dies kein Problem. Sorglos-Garantie bedeutet, dass die Garantie wirklich alle Schäden abdeckt. Zum Beispiel auch das unabsichtliche Herunterfallen des Geräts. Nachdem sie das Gerät zu uns geschickt haben, wird es kostenlos und innerhalb eines Arbeitstages repariert und an sie zurückgesendet. Interessieren sie sich für PlusOptics oder haben sie Fragen? Unser Vertriebsteam in Nürnberg spricht sechs Bruttersprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und Arabisch. Wir Vertriebspartner sind in mehr als 60 Ländern weltweit erreichbar. Besuchen Sie doch einmal unseren Stand auf einem Kongress oder sprechen Sie uns ganz einfach über das Kontaktformular oder telefonisch an. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.